Yo, servus Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar habe ich mir gedacht, ich zocke jetzt einfach mal wieder nach Ewigkeiten, eine Runde ist vor, wie man unschwer erkennen kann und mache einfach mal nach, ja, keine Ahnung wie lange das ist, ein Video. Oh, sorry, das, ja, sorry, war ich mich wirklich beabsichtigt, ja, ich werde es nicht wirklich gut sein, da ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr zock und irgendwie auch ein paar Frame-Einbrüche hier habe, aufgrund der Aufnahme in Full HD, aber das ist ja eigentlich nebensächlich mit. Es geht ja nur darum, dass ich jetzt mal wieder ein Video mache und, ja, und ich meine, ich habe mich bestimmt in letzter Zeit mal vielleicht irgendwo gesehen, aber eigentlich spiele ich seit, ah, keine Ahnung, seit zwei, drei Jahren nicht mehr wirklich aktiv, sondern eigentlich nur so ab und zu und von dem her bin ich auch nicht wirklich gut, ja, und habe gegen irgendwelche Leute jetzt hier keine Chance. Ja, ich, oh, mir geht, ich gebe da draußen ab, aber das ist nicht so Sache, ich habe jetzt im Hintergrund mal Musik laufen und das so eingestellt und hoffe es mal, dass es so für euch passt. Ja, ich habe mir letztens überlegt, dass ich ja mal wieder ein Video machen könnte und, ja, hier bin ich und hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Themenvorschläge für mich oder, keine Ahnung, irgendwas, über was man reden kann oder was ihr sehen wollt, welche Spiele, beziehungsweise welches Spiel oder ob ihr wirklich es vor mir sehen wollt, weil ich jetzt mal gerade wirklich der Beste da drin bin und, ja, jetzt haben wir einfach mal Spiel, Spaß am Spiel oder wie auch immer man es dazu sagt, ne. Ich habe natürlich sehr starke Death, das war durchaus clever von mir da, ein bisschen zücken, naja, kann ja mal passieren. Ja, und einfach in die Kommentare, ja, schreiben, was ihr von mir sehen wollt, beziehungsweise was nicht oder über was ich reden soll oder, keine Ahnung, irgendwas halt reinschreiben. Ja, einfach mir ein bisschen Feedback geben, ob es euch so fällt oder nicht, also es wird jetzt auch kein, äh, irgendwie Let's Play oder wie es mal war, also es wird einfach ganz unverbindlich irgendwas hier, ja, irgendwas, jetzt irgendwas. Ja, ja, und ich weiß es auch nicht, es kann auch sein, dass mittendrin gerade nicht die Aufnahme abkackt, sondern das Spiel, denn, ähm, ja, das Problem ist, dass, ich wollte jetzt schon vor einer, keine Ahnung, halben Stunde aufnehmen, und, äh, ja, konnte es leider nicht machen, da die ganze Zeit die Server oder SV abgeschmiert ist und zwar bei jedem, also nicht nur bei mir, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt guter passiert, ich hoffe jetzt mal nicht. Aber, es scheint ja soweit ganz okay zu sein, und, ja, treffen fühle ich zwar eigentlich gar nichts, wie man sehen kann, und ich werde auch eigentlich schon gekillt. Ich bin jetzt gerade im S5, äh, Raum drin, keine Ahnung, irgendwelche Mates, ich habe einfach den Nächsten Spatial Raum genommen, den ich gefunden habe, und, ja, wie es aussieht, ja, da liebt schon einer, wie es aussieht, drehen wir hier richtig, äh, vorbildlich auf den Deckel, ja, aber, das hoffe ich doch mal, dass das nicht so wild ist. Da ist da zwei Einer reingekommen, den Racer, okay, jetzt scheint es wieder 3 gegen 3 zu sein, ähm, ja, schon mal besser als 2 gegen 2, weil, wenn es 3 gegen 3 ist, dann, äh, ja, muss ich, dann liegt nicht so viel Ascht auf mir, wobei ich ja früher eher mehr, äh, 2 gegen 2 spielt hab. Na, ja, also wie gesagt, so gut wie früher bin ich nie im Leben, und, äh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt über die Jahre hinweg so schon das öfter mal gespielt, aber nie wirklich, äh, nie wirklich, keine Ahnung, versucht, mein Skill aufzubauen, oder sonst irgendwas. Also einfach nur ein bisschen gezockt und ein bisschen zeitgetrieben, ein bisschen, ja, und ich habe auch eigentlich, äh, ja, keinen neuen Account, aber so ein Account, auf dem ich, wenn ich dann spiele, hauptsächlich spiele. Äh, jetzt müssen wir hier aufpassen, weil der wird jetzt gleich ein Reset machen, nicht Resetten, bitte nicht. Ich sage ihm erst erwarten, weil, hätte er jetzt ein Reset gemacht, dann hätten wir ein Problem, jetzt kann er Resetten. Und jetzt komme ich, und schnapp mir den Ball, wow, stark, das war durchaus stark. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt, also ihr müsstet ja den Sound eigentlich hören. Ich persönlich höre jetzt gar keinen Sound, ich höre gar nichts, warum auch immer. Ich habe es halt recht leise gestellt, und ich hoffe auch, dass es so passt zum Sound, wie gesagt, einfach mal alles in die Kommentare schreiben. Ja, und ich kann es auch noch nicht ganz genau sagen, wie lang das Video wird, aber ich denke, ich werde einfach mal, ja, ein Spiel aufnehmen und es dann hochladen. Ja, ja, kommt dann natürlich darauf an, ob wir gut sind, ob die Gegner gut sind, ob wir, ja, ich selbstverständlich soll Resetten, weil ich gerne Touchdown machen würde, aber ich glaube, das wird nichts. Da macht ihr, naja, der geht long way. Dann lade ich mal meine Waffen nach. Kommt der hoch? Nö. Nö, der kommt nicht hoch. So. Na, ich habe gerade gedacht, ich bekomme den Punkt. Oh, na, da bin ich raus. Na, ich konnte ihm noch einen Hit mitgeben. Ja, und, ja, wie gesagt, habe ich jetzt jahrelang nichts mehr von mir hören lassen in das letzte Video, in dem ich wirklich, keine Ahnung, wirklich was gesagt habe. Das ist auch schon länger her. Wie lang genau, weiß ich nicht, aber ich glaube, das letzte Video war irgendein Inventar-Video, wenn mich alles täuscht, aber in dem Inventar hat sich ja auch einiges getan. Und, ja, ich spiele, wenn ich dann spiele, meistens zu 99 Prozent S5. Ab und zu spiele ich auch mal, keine Ahnung, Public-Räumen mit Premium-Zeugen oder sonst wie irgendwas. Aber so, ja, hauptsächlich S5. Oh, oh, shit. Das war jetzt natürlich nicht beabsichtigt. Ich hoffe, der geht noch rein. Ja, wie gesagt, ich spiele eigentlich nicht mehr wirklich und, ja, von dem her finde ich jetzt 37 Punkte, wow, äh, durchaus begnadet. Sind, äh, oh, das ist stark. Da außen tobt, da gewittert und regnet, was das Zeug hält. Als ich heute heimgefahren bin von der Arbeit, auf einmal, äh, huch, ähm, hat's richtig krass gewittert. Also wirklich krass. Und es hat auch ziemlich stark geregnet. Und es hat mich einfach so, also, es war schon krass, weil's einfach nicht wirklich erwart, wups, nicht wirklich, äh, ja, expected war. Weil ja eigentlich gutes Wetter vorher gesagt war. Und, ja, es war leider kein gutes Wetter. Und, naja, dann, ein bisschen blöd gewesen. Was macht der, keine Ahnung, was macht der? Kein Reset, okay, klar, der resettet. Aber dann hat mein Mate, okay, vielleicht kann ich ja jetzt, dass ich meine Chance komme. Ein bisschen Jump Skills, ein bisschen hier, ein bisschen, oh, shit. Naja, gegen den Stun kann ich da leider nix machen. Ja, das wird schon irgendwie. Ich glaub, der Yasuo hat jetzt da den... Und ich bin auch in keinem Clan, dann, irgendwie, wow. Irgendwie bin ich, sind, glaub ich, alle aus dem Clan rausgeflohen. Ich glaub, den Donner hat man jetzt gehört. Ey, Anta! Okay, stark. Ähm, ja, ich bin in keinem Clan, ich bin einfach rausgeflogen. Keine Ahnung, ich glaub, jeder ist rausgeflogen. Also, ich weiß auch nicht, ob jetzt jemand in diesem Pentium-Clan-Gedöns noch jemand drin ist. Das war ja mal mein Clan. Oh, shit, den hätte ich... Den hätte ich pickt, soll denn, weil... Okay, naja. Und, äh, ja, ich bin in keinem Clan. Ich hab keine Ahnung, ob ich jemals wieder in ihren Clan gehen werde oder vorhabe. Ich weiß einfach nicht. Ja, hier, seht ihr meine Chars. Ähm, wie gesagt, ab und zu spiel ich mal. Total, na, 50 Minuten. Jetzt nicht wirklich gut, wie gesagt. Bin ich, äh, ja, gerade gut in dem Spiel. Momentan, keine Ahnung, ob das jemals noch kommt, aber ich denke eher weniger, da ich ja... jetzt nicht mehr wirklich so viel Zeit für S4 habe und eigentlich auch gar keine große Lust mehr. Aber, ich könnte ja quasi, wenn ich spiele, immer ein Video machen oder, keine Ahnung, zumindest mal ein Teil aufnehmen. Und, ähm, ja, also, ja, ich hab jetzt auch nicht wirklich irgendwas noch mitbekommen von S4. Also, ich weiß, dass Severity und Inroad nicht mehr gibt. Und ich glaube, keine Ahnung, ob es Last Leech noch gibt und sonst irgendwie Clans oder Purity. Aber hier im Spiel heißt es irgendeiner Purity Shadow. Aber keine Ahnung. Hm, von daher, ich bin wirklich nicht up-to-date bei S4. Aber ich glaube, da war jetzt keiner mit Custom-Clan-Marke hier im Raum. Das hätte ich gar nicht gesehen. Na, naja, das ist natürlich das Bombename. Bombename, sag ich denn nur. Trifft mir auf jeden Fall was. Aber ich glaube, ihr hört den Sound, weil ich habe es so ganz leise im Hintergrund. Und, ja, ihr müsst jetzt mal sagen, wie es für euch von der Qualität her ist. Das ist halt jetzt Full HD. Ich weiß nicht, aber man kann schon nicht rein einfach durch. Ui, 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 ui. Naja, der hat mich hier wieder gesandt. Ihr müsst sagen, wie es von der Qualität her ist. Sound, ja, keine Ahnung, kann ich nicht wirklich groß viel dran machen. Also schon, aber jetzt nicht so einfach. Da müsste ich mir halt so ein neues Mikrofon kaufen. Das lohnt sich jetzt nicht. Aber ich meine so gerade Bildschirmqualität. Du weißt ja jetzt momentan wahrscheinlich, dass das Video in Full HD kommt. Allerdings wird, wäre es mir lieber und wäre es für mich einfacher, wenn wir einfach, äh, ja, in, keine Ahnung, HD oder HD aufnehmen. Das wäre für mich, oder ich glaube, es wäre sogar ein bisschen drunter. Weil es einfach für mich viel einfacher ist. Von, gerade von den FPS her und die Datei ist, na dann, ist dann nicht so groß. Und, ja, aber, ich glaube, das lässt sich auch so ganz aushalten mit, mit diesen paar FPS, wo da fehlen. Habe ich den jetzt entwickelt. Das sind ja, sind nur ein paar Einbräder, fehlen halt 10 FPS. Das ist also zu wild. Ich kann jetzt nicht mal 50 aufnehmen. Ich habe halt jetzt, äh, in Preps hier 62,5 eingestellt. Da, komm. Wo ist denn der? Puh. Na, komm. Den habe ich, ja, stark. Oh, der hat, was ist denn das? Hat der eine Mungun? Gibt es eine Mungun in das vor? Ach, ich glaube, das, doch, das hatte ich schon mal gesehen. Aber ich war mir nicht sicher, ob es irgendwie von einem Hacker war. Na, ich glaube, ich lade nicht nach. Weil die kommen jetzt gleich hier auf den Shortway. Na, komm, ja. Da sind sie schon. Da könnte man Touchdown machen. Zumindest versuchen. Jetzt geben wir nicht nur noch einen Gegner. Na, und. Krasse Jump-Action. Und, na, wo ist ja. Jetzt rein hier. Okay. So, jetzt haben wir, ja, mal einen aufgerufen. Und, äh, was ist da los? Und, ja, aufgeholt, einen Touchdown und 87 Punkte. Aber, ich glaube, die Punkte sind euch nicht so richtig. Ja, ich will einfach mal sagen in diesem Video jetzt, ähm, ja, dass ich vorerst mal wieder S4 spiele, ab und zu mal, ich glaube, ich bin das Set lieber, ab und zu mal S4 spiele, aber nicht versprechen kann, dass ich irgendwie jetzt regelmäßig Videos mache oder, keine Ahnung, also, das auf keinen Fall. Das ist eher unmöglich bei mir momentan. Und, na, na, da hat er sich natürlich den Touchdown verdient. Jetzt hoffe ich hier mal einen Reverse, dann ich rüberkomme, jawohl, wunderbar, und da hat er den Touchdown. Okay. Hm, vielleicht können wir es noch gewinnen. Das habe ich keine Ahnung. Ich will es jetzt noch schaffen. Wobei ich eher nicht dran glaube. Ich muss noch mal gucken, dass ich meine Fechblattel entfolge. Wir sind nämlich schon bei 50 Gigabyte. Ich, ich habe keine Ahnung, ob die Fall wird. Das wäre nämlich ein bisschen fatal. Aber, zieh du das, weil ich habe eine neue, eine SSD und das, ja, ist immer noch der gleiche PC wie früher, also von dem her, die, die Qualität, die, gerade die Stärke der Fechblattel ist, ist nicht so der Hammer gewesen. Und, ja, der Rechner ist so und so, der Hammer, wie ihr wisst, der hat früher, gab es da schon einen Lexus-Warm, das sah da komisch aus, da gab es schon irgendwelche Lags früher in Videos und die Frames gehen auch langsam, aber sicher runter. Ich denke, im nächsten Video müsste ich dann doch, aber vor allem, das Problem ist halt, dass ich auch zwei, das Problem, äh, ja, jetzt beim Aufnehmen ist ein Problem, eine Behinderung, dass ich zwei Bildschirme habe. Und, äh, ja, und ich habe jetzt heute auch, keine Ahnung, heute Mittagessen, heute Nachmittag, irgendwann habe ich zwei Runden oder eine Runde, weiß gar nicht mehr genau, gespielt, so ein bisschen wieder reinkommen, ins Spiel. Und, ja, war ganz, ganz okay, war nicht so schlecht, nicht so gut, aber waren halt ziemlich krass Gegner. Von dem her, äh, hatte ich eher weniger eine Chance, aber, ja, wer definiert, ein krasser Gegner, krasser Gegner heißt es nicht, äh, ihr Endlevel, weil, Endlevel ist irgendwie zurzeit jeder, hab ich so das Gefühl, dass ziemlich jeder Endlevel ist, weil es ja an, an sich nicht mehr wirklich schwer, ne, ich kann denn nicht resetten, sonst ist meine HP weg, muss ich kurz warten, jetzt hat er sich resettet. Ähm, ja, an sich kann ja quasi jeder jetzt das Endlevel hier erreichen, weil es ja, wie damals Pro mit drei Strichen ist oder so, also wirklich nix besonderes mehr. Oh shit, der hat eine Mindgum, der hat, aber ich glaube, der kann doch, oh, der kann doch dann auch, ja, ich bin tot, ich muss ja warten, der kann doch dann auch, äh, mich treffen, oder, wie ist das, wenn der eine Mindgum hat, kann der nicht, dann kann der mir Schaden zufügen, ne, ich glaube, so war das, vielleicht, vielleicht reißen wir die Runde noch, punkte technisch, glaub ich, nee, das würden wir nicht gewinnen, äh, wo ist er denn, hier, okay, ähm, ja, der, ich glaube, den Typ, na, shit, ja, die Bahn ist beide low HP, aber, wenn halt zwei auf einmal da kommen, dann habe ich keine Chance, also, vor allem jetzt gerade in der Situation, da habe ich keine Chance. So, ja, ja, wie gesagt, 40 FPS, also, ich kann so spielen, aber mir wäre es natürlich lieber, wenn ich jetzt wirklich mehr Videos mache, dass ich dann, na, komm her, oh, nein, schreibe ich dir mal, dass er die Hälfte Leben hat, äh, ja, mir wäre es dann lieber, wenn ich in einer eher niedrigeren Auflösung Videos drehe, und ich hoffe, dass die Videos auch recht synchron sind, aber schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was für Videos, was für Spiele, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht wirklich viele Spiele, und ich bin auch eigentlich kein Spiel wirklich gut, oh, shit, was war das, das war definitiv ein Leck, ja, außer dass es vorweist früher mal gut, äh, keine Ahnung, sonst spiele ich eigentlich gar kein Spiel mal ab und zu, vielleicht, keine Ahnung, einmal in ein paar Monaten Minecraft, aber das war es dann auch schon, stirb doch mal, ne, alter, wo ist das denn, hey, das verwirrt mich so, war das früher auch schon immer so, dass ich da so, keine Ahnung, ich sag mal, dass sich das so 360 Grad so ganz schnell gedreht, ja, natürlich, da lebe ich schon der Nächste, dass sich das so schnell gedreht hat, keine Ahnung, kann ich mich nicht dran erinnern, dass es so krass war, und da haben wir einen neuen Mate, und zwar den Fluffy Fake, schaut euch die tollen einzigerart neuen Waffen in der Webmail an, alles klar, äh, also ich kenne das früher nur, dass, ja, ganz, ganz früher, 2010 war das noch, oder 2011 glaube ich, auch noch manchmal, in Destiny 2 noch, ähm, dass, da quasi, da stand dann immer diese, diese Nachricht, dass man, keine Ahnung, zwei Stunden gespielt hat und sollte mal langsam eine Pause machen, ähm, die Nachricht kenne ich noch von damals, also die kamen immer mal wieder, aber, jetzt dieses, äh, dieses, keine Ahnung, Event, ich hab letztens auch, da war so ein, ja, wie war denn das, da war so ein Event, und es kam dann ingebene Nachricht, dass in dem und dem Channel jetzt wesentlich das Event ist, na, okay, ich glaube, der macht das schon, weil ich kann den jetzt nicht aufhalten, nö, naja, klar, ähm, ja, und das fand ich schon ein bisschen komisch, jetzt hoffen wir mal, dass die vielleicht die aufhalten können, na, sieht schlecht aus, okay, äh, so, gg, würde ich jetzt mal sagen, äh, hab die Runde, ja, war okay, und, dann würde ich sagen, dann war's das jetzt mit der kleinen Runde, ist vor, gebt mir Feedback in die Kommentare, was ich verbessern kann, ändern, sonst irgendwas, ja, wie gesagt, ewig nicht gespielt, also bis dann, Leute, haut rein, und tschö!